Anlass des heutigen Videos ist die Verkostung dieses unabhängig abgefüllten Laphroaics von Douglas & Lang. Habe ich schon zwölf Jahre gesagt, Fassstärke nicht gefärbt, nicht kühl gefiltert, alles das, was man so erwartet. Und bei diesen Daten ist für mich irgendwie der Laphroaic Fassstärke zehn Jahre so die Benchmark. Mit dem muss er sich, ob ich das bewusst will oder nicht, aber im Unterbewusstsein in meinem Kopf mitmessen. Und das werden wir gleich tun. Hallo und herzlich willkommen zum Whisky Turntable. Ein unabhängig abgefüllter Frag. Ich habe jetzt nicht meine Videoliste durchgeschaut, aber ich glaube gar keinen. Vielleicht mal irgendwo ein. Also ich rede jetzt nicht von Williamson und Co., also wo Laphroaic nicht offiziell genannt werden darf. Aber selbst davon hatte ich nicht viele. Also wirklich unabhängig abgefüllte Laphroaics bin ich nicht so bewandert. Und deshalb, als es jetzt diese Abfüllung gab, dachte ich, hey, den nimmst du. Für deinen Whisky abgefüllt steht ja groß drauf, oder was heißt, kann ich, möchte ich kein Geheimnis rausmachen. Aus der Old Particular Serie von Douglas Lang gab es jetzt aber praktisch ein paar Schwesterfässer, so deute ich das mal. Mit diesen typischen, ich blende es ein, 48,2 Volumenprozente oder was die da so immer haben, war ich schon am überlegen. Die habe ich, also diese Abfüllung habe ich als erstes gesehen und irgendwie zwei, drei Tage später brachte dein Whisky dann diese exklusive Einzelfassabfüllung. Ich trinke ja meistens keine Faschstärke pur, aber irgendwie spricht es mich dann trotzdem mehr an, wenn ich dann selber runter verdünnen kann und dann von mir aus auch über 50 Volumenprozenten bleiben kann. Und der Preisunterschied waren, glaube ich, 5 Euro. Dann können wir ja gleich mal mit starten. Sie kostet 125 Euro. Ja, ein Schnäppchen sieht anders aus. Aber wie gesagt, unabhängige Laphroaics, warum hatte ich sie noch nicht so oft? Nicht, weil es sie nicht gibt, das möchte ich nicht sagen. Aber sie sind dann oft doch sehr ambitioniert im Preis. Sagen wir es mal so. April 2012 gebrannt, Mai 2024 abgefüllt mit 57,3 Volumenprozente, sprich 1% weniger als der Laphroaic. 10 Jahre Faschstärke, Batch 17 mit 58,3. Gut, was habe ich hier noch? Da habe ich nicht viel stehen. Die aktuelle Abfüllung können wir ja gleich so rüber gehen. Kostet, günstigster Shop, den ich vorhin gefunden habe, 69 Euro. Der Großteil bewegt sich dann zwischen 69 und 79 Euro. Damit ist diese Abfüllung für mich, was Eila betrifft und Originalabfüllung und was man dafür bei den alten Batches auf jeden Fall für eine Gegenleistung bekommen hat, würde ich als günstig bezeichnen. Ich möchte jetzt nicht übertreiben, aber ihr seht es ja auch hier. Es ist jetzt nicht das Doppelte, aber 55 Euro liegen dazwischen zum günstigsten Shop. Da kann man einiges auch heute noch mitmachen oder noch eine schöne zweite Flasche Whisky kaufen. Aber der Reiz liegt ja darin, hier mal ein Einzelfass probieren zu können. Und das finde ich auch auf Eila so toll. Sie können da einfach draufschreiben, Refillfass. Und ich werde sehr wahrscheinlich, oder ich bin schon total drauf angesprungen, macht das eine Festlandbrennerei ohne Rauch? Oh, stellt euch mal einen Glendronner aus dem Refillfass vor. Also gehypt würde diese Flasche nicht. Ich würde sie kaufen, gebe ich offen und ehrlich zu, weil es das so noch nicht gab. Und ich ja eigentlich immer an meiner Erweiterung meines Geschmackshorizonts arbeite. Aber das finde ich immer so schön, dass der Eila-Charakter mit Refillfassern so schön funktioniert. Und ich blende euch jetzt mal die Farbe ein. Ja. Ja, hier ist gefärbt. Auf der Internetseite hatte ich so einen schönen Satz. In dein Glas kommt das, was direkt aus dem Fass kommt. Und Farbstoff. Also das sage ich jetzt, das stand dann da nicht dabei. Ja, traurig. Meistens gefallen mir die zehnjährigen Fassstärken von der Freik. Super, der Preis passt. Er ist nicht kühl gefiltert. Aber dieser Farbstoff, Leute, das ist ja... Aber habt ihr gelitten, oder ist doch irgendwas schiefgelaufen? Nun gut. Aber ich denke, nur so können wir daran arbeiten. So sieht ein Whisky aus. Also ich will nicht sagen, dass der Zehner-Lafroig, bevor er gefärbt wurde, so aussah. Weil das ist ja wirklich hier ein Refillfass. Und hier habe ich ja ein muntes Potpourri. So möchte ich es sagen. Das wir aber nicht genauer kennen. Angegeben auf der Verpackung ist Charged Seasoned Oak Barrels. Also verkohlte, seasoned, also gewürzt oder saisonmäßig, also für eine Zeit belegte Fässer, um sie zu würzen, kenne ich eigentlich eher so aus einem Sherry. Ich muss passen, was sie uns direkt damit sagen wollen, kann ich nicht sagen. Barrels, also es werden ausgekohlte Ex-Bourbon-Barrels sein. Und seasoned ist dann damit gemeint, dass vorher Bourbon drin lag. Ich weiß es nicht. Hat mir zu denken gegeben. Habe ich wirklich einen Tag drüber nachgedacht. Okay. Ich glaube, wir haben alles gesagt. Ja, ne? Schreiten wir zur Tat. Einmal hier rausnehmen. Ich habe ja schon einen geschenkt. So. Also er fällt wirklich sehr, sehr hell aus hier. Und hier in der grünen Flasche, zum Glück sieht man diese Todsünde mit der Farbe, nicht so. Derda Freuk, in der neuen Aufmachung, Papppackung, ich habe es ja gerne simpel, aber ich muss sagen, die Dosen fand ich einfach schöner. Auch wenn das hier sehr wahrscheinlich günstiger zu produzieren ist, besser zu recyceln ist, kann ich alles mit dem Kopf verstehen, aber mein Herz sagt, die Dose war irgendwie besser. Spart doch das Geld beim Zuckerkulör und gibt es für die Dose aus. Das wäre ein Kompromiss. Gut, machen wir weiter. Ich nehme erst mal so eine Nase von beiden. Ich weiß, der LaFroik 10 ist eigentlich immer ein Einzelvideo wert. Und man kann dann so schön vergleichen, jetzt zum Beispiel mit der Vorgängerabfüllung und, und, und. Und ich weiß aber, als die rauskam, dachte ich, dieses Jahr, was heißt, machen wir es anders, aber ziehe ich das Ganze so auf. Okay. Und da er der Herausforderer ist, nehme ich ihn auch als erstes. Ich glaube, der macht gleich mit Wasser richtig auf. Der Alkohol stört mich nicht. Ich habe ein Video gedreht mit 40 Volumenprozenten. Das hat mich jetzt noch nicht an eine Faschstärke gewöhnt. Den rieche ich so, ohne, dass ich den Alkohol merke. Ich habe Süße und Rauch. Den braucht man nicht. Nein, es ist... Es ist nicht ganz so medizinisch, wie ich es mir vorgestellt habe, vielleicht auch erhofft habe. Diese Flasche hat mich ein bisschen begleitet, wie so ein... Damals, wo man noch jung war, wenn man ein schönes Date vor sich hatte und man hat schon tagelang darüber nachgedacht. So hat diese Flasche meine Fantasie auch angeregt. Und da war er etwas, etwas medizinischer. Aber er ist ganz sanft. Also auch mit diesem hohen Alkohol. Ich muss bei diesen zwölf Jahren und Refill... Ich habe jetzt gelesen, die Diageo-Releases kommen. Und ihr wisst es, der zwölfjährige Lagerwullen ist einer meiner Lieblinge. Auch wenn die 2023er-Abfüllung mich doch sehr enttäuscht hat. Vielleicht bin ich auch einfach zu konservativ, zu altbackend, dass mich Tequila-Fässer nicht so ganz abholen. Aber ich mag es dann doch lieber wiederbefüllt, Ex-Bourbon, schöne Kombi aus allem. Und das, genau, auf den Punkt fülle ich hinaus, das gibt es 2024 von Lagerwullen wieder. Preise sind wohl total abgefahren. Ich glaube, ich habe was von 180 Euro gelesen. Also da ist man mit diesem Zwölfer hier ja noch gut dabei. Also was man wirklich merkt, ist, dass er dieses schon etwas ältere Geschmacksprofil hat. Ich habe eben keinen 3-, 4-, 5-jährigen Big Pete da im Glas. Und das alleine macht mich schon happy. Blind von der Nase? Lafroik? Weiß ich nicht. Es fehlt so ein klein wenig, auch dieser jodige Anteil, dieses Leicht, diese Mischung von etwas Meeresbrise mit ein wenig Jod. Aber generell ein schöner Stinker mit einer tollen Süße. Und ich habe noch nicht mal großartig Citrus oder sowas, muss ich gestehen. Vielleicht gleich, wenn ich ihn nehme. Ich weiß noch nicht, ob ich den, ich glaube, ich verdünne den nicht. Ganz im Ernst. Der andere hat ja nochmal ein Prozent mehr. Ich nehme jetzt erstmal einen Schluck und dann tue ich vielleicht einen dran für die Nase. So, starten wir. Ich meine, der ist ja sehr hell. Der hat so gut wie gar keine Eiche mehr. Das hatte ich auch selten. Hatte ich oft bei jungen Dingern, klar, 3-4 Jahre. Aber die sind dann so scharf und brennen ein vieles weg. Das hat er hier überhaupt nicht. Es bleibt am Ende etwas. Also es müsste ja eigentlich für die Brennerei Fruchtigkeit etwas platt sein, denke ich mir. Aber auch da merke ich, ich kann so viel. Ich werde jetzt gar nicht, werde ich mal ein bisschen was geben. Also, Holz fehlt. Hätte man bei Refill und der Farbe ja sich schon denken können. Es ist so ein ganz mini, minimaler Unterton von einem Hauch einer Eiche. Also das ist so, also hatte ich so in der Form auch noch nicht oft. Besonders dann mit einem gesetzteren Eilermold, der eben wirklich zweistelliges Alter hat. So, jetzt gucken wir mal, was da mit Wasser rauskam. Alkohol absolut alles in Ordnung. Kann man so trinken. Ich hoffe, dass sich so jetzt noch ein bisschen mehr Rauch entwickelt und der sich vielleicht etwas breiter aufstellt und vielleicht noch was anderes. Nee, hat jetzt nicht so geklappt, muss ich sagen. Der Rauch ist etwas flüchtiger, kommt etwas aschemäßig rüber, etwas kälter. Ja, er hat, ich habe mich eben schon schwer getan. Es war kein Lagerfeuer, es war auch nicht wirklich Barbecue. Es war schon Lafroic, aber irgendwie nicht mehr, das ist nicht mehr, irgendwie nicht so medizinisch. Also er wird flüchtiger und ich hatte jetzt gehofft, dass vielleicht irgendwie jetzt auf einmal noch vielleicht nur Frucht nach vorne tritt, dass der Rauch irgendwie aufmacht, stärker wird. Aber das macht er auch nicht. Entwickelt er etwas Würze. Man könnte es auch eine leichte Schärfe nennen. Der Rauch ist aschiger geworden, finde ich. Ist im Mund präsent oder hat eine stärkere Präsenz als eben. Das ist sehr minimalistisch gehalten, neben dem Rauch. Ich habe eine tolle Süße, die möchte ich nicht abstreiten. Und dann wird alles sehr spaßig. Also vielleicht die Vorbelegung oder die Vorvorbelegung von dem Fass, die hätte spannend sein. Oder wäre vielleicht etwas spannender. Das Tolle sind die zwölf Jahre daran. Das, wie gesagt, das hört sich jetzt irgendwie vielleicht dämlich an, aber es gibt so viele junge Isla Molls. Und die sind dann oft sowas wie von noch zu stürmisch, noch zu scharf, noch, ja, der Rauch noch nicht mal so richtig irgendwie, hat sich noch nicht mal richtig entwickelt. Das finde ich dann auch oft irgendwie daneben. Und da ist er schon wesentlich weiter. Aber da kommt da nicht viel. Ich stelle ihn mal zur Seite. Sehen wir ihn. Mal gucken. Vielleicht verdünne ich ihn gleich. Mal gucken, wie ich drauf bin. Ich habe ganz viele Gewürze. Ich habe ganz viel Holz. Aber das ist, weil ich von ihm komme. Nicht falsch verstehen. Also er ist jetzt maßgeblich von ihm hier beeinflusst. Ich trinke zur Zeit wieder jeden Tag eine Tasse von dem Earl Grey Tea, der ja dieses Orangen, diese Citrusfruchtaroma mit drin hat, dieses Bergamon. Und diese Assoziation habe ich gerade mit einiges an Vanille. Der Rauch unterscheidet sich jetzt nicht so komplett. Der Rauch kriegt so eine vanillige Röst, so ein vanilliges Röstaroma. Sehr wahrscheinlich, weil ich jetzt all diese typischen Flavors einer Fassreifung habe, die ich eben gar nicht gespürt habe. Er kommt wärmer rüber, voller rüber. Der Rauch ist auch... Also ich könnte mir vorstellen, dass ich den mit etwas Wasser wirklich kitzeln kann. Der könnte auch noch etwas... Oder der könnte etwas mehr sein. Aber das andere ist schön voll. Die Süße, ja, zugegeben. Greif kurz rüber. Der ist schon süß. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, weil die Süße jetzt alleine eben dasteht. Er hat nicht ganz so diese Süßheit. Er ist da eher so ein bisschen holzlastig. Wahrscheinlich ist er das in echt gar nicht. Und dann geht es ins Holz rüber. Er hat viel Vanille und Kräuter und Würzigkeit. Mit so einem Mini- oder leichten Citrus-Aroma, was aber auch diesen leicht bitteren Touch von dieser Bergamotte oder diesem Bergamotte-Öl hat. Bergamon. Ja, wir nehmen ihn so. Ja, wir nehmen ihn so. Ich verdünne ihn gleich. Ja, aber... Ich weiß, hoher Alkohol. Aber ich habe ein sehr öliges Mundgefühl mit vielen, vielen Aromen, die auf mich einprasseln. Das hat er nicht. Muss man ihm einfach abstreiten. Ich meine, hier habe ich ein Wetting aus keine Ahnung wie viel X Fässern. Jetzt hätte man das erste Mal eine Fassreifung getrunken, als würde man Eiche das erste Mal schmecken. Unterschied wie Tag und Nacht. Was heißt, kann man gar nicht vergleichen, so hart gesagt. Der Rauch ist diffus nach dem Rauch, den ich jetzt eben von dem Old Particular hatte, vom Douglas Lang, sagen wir es mal so. Das ist wirklich so eine leicht rauchige, dreckige Karamellnote, wo noch Vanille mit reingeht. Sehr komplex, aber ist ja irgendwie auch gar nicht schwierig. Ich möchte den Rauch irgendwie mehr haben, muss ich wirklich sagen. Also den 16er habe ich etwas anders in Erinnerung. Ich meine, den hatte ich, ich muss nachgucken. Auf jeden Fall den letzten, den ich im Video hatte, sagen wir es so. Der gefiel mir nämlich richtig gut, der 16er. Also ich meine, es war der 16er. Der hat richtig Spaß gemacht. Wie gesagt, er ist ja so ein bisschen hier Testkandidat, Gegentestkandidat, so ein bisschen, ja, Opfer-Whisky. So eine leichte Rauchpartikel, wie so, von so Knallplättchen, so Karneval. Auch er hat schon, er kommt von diesem medizinischen Grundcharakter eines Lafroigs, aber ich muss mal wirklich, er hatte ja letztens den 18er Lafroig und einen sehr alten 18er Lafroig. Die, ich muss mal gucken, was ich sonst noch an alten Lafroig so auftreiben kann. Der Sache muss ich mal nachgehen. Waren die früher phenolischer? Haben die was an der Produktion geändert? Ich weiß das nicht. Ich habe mich jetzt vorher nicht schlau gemacht. So. Ja, was ist gekommen? Ich finde schon, dass der Raucher etwas aufgemacht hat. Und dass ich mehr so diese charakteristische Lafroig-Medizinschranknote, oder dass es mehr in die Richtung geht. Aber sonst, der Rest, den Rest nehme ich jetzt weder stärker noch anders war oder schwächer. Das ist schon, der ist schon lecker. Diese Viskosität finde ich schön, die hat sich jetzt irgendwie noch mehr rausentwickelt. Das ist rauchige, diese rauchige Malznote, diese rauchige Vanillekaramellnote. Ich habe da nicht wirklich viel Frucht drin. Pack da irgendwie noch so eine helle Fruchtnote mit dazu. Ich haue jetzt einfach mal wieder, weißt du, oft mache ein Pfirsich raus. Citruslastig finde ich den jetzt gar nicht so. Und dann kommt nach hinten eben einiges an Holz, wo der Rauch auch wieder drin rumbaldowert. Das ist generell gut. Den 16 habe ich irgendwie erfüllender in Erinnerung. Das ist ja nur Rauch. Das ist ja Rauch und Süße. Jetzt hat das ja wahrscheinlich total schwer. Machen wir uns nichts vor. Ja, also er hat mehr Rauch. Und der Rauch kommt eben aufgrund dieser wenigen Geschmackskomponenten sehr klar zum Vorschein. Da ist wirklich, also wer an minimalistischen Whiskys Interesse hat, minimalistischen Rauchern, so wie man sie wirklich in sehr, sehr Blut oder im Blutjungen kaufen kann, und möchte das gerne mal in Alt probieren, da ist das hier wirklich die Abfüllung schlechthin. Da stört kein Fasseindruck. Spannend. Also wie gesagt, ich weiß jetzt nicht, ob man dafür 125 Euro ausgeben muss. Aber wenn da da Freude draufstehen soll, muss man es auf der anderen Seite wieder. Also bleibt eine keine andere Wahl. Und dann hat man hier diese Dröhnung, als würde man fast von einer Ex-Bourbon-Reifung, so einer, ja, von so einem normalen Wetting irgendwie zu so einer schweren Sherry-Fass-Reifung gehen. Nur sinnbildlich von der Stärke, jetzt nicht von den Aromen an sich. Also der 17er macht mir deutlich mehr Spaß, er bietet mir mehr. Und von daher will da Freude Fetischisten bestimmt eine tolle Sache. Für jeden, der irgendwie überlegt, Mensch, kann mir vielleicht mal ein Jahr so einer Abfüllung, kann ich da einen Abstecher machen, anstelle das neue Badge zu holen. Wenn man mit dem Badge immer zufrieden war, glaube ich, könnte man hiervon etwas enttäuscht sein. Aber hier der 17er, wie gesagt, er holt mich nicht 100%. Ich habe aber im Vergleich zu ihm hier, ja, auf jeden Fall definitiv viel, viel mehr. Ab und zu habe ich dieses Gefühl, wenn man jetzt einen Lebkuchen ohne Schokolade nimmt, reines Lebkuchen an sich, und das mit einem dreckigen Rauch, manchmal kommt mir diese Assoziation. Vielleicht ist es so eine leichte Zimtnote, so in die Richtung. Ja, Moment. Dieser Rauch bleibt, dieser Rauch. Ich muss ein paar alte Lafroix probieren, ältere Abfüllungen. Mir fehlt so ein bisschen der typische Lafroix-Charakter. Vielleicht ist es Einbildung in meine Tagesform, aber bei beiden, er ist jetzt ja zwei Jahre älter, aber im Prinzip kommen sie ja so aus derselben Zeit. Ja, also Batch 17, also irgendwie großartig was meckern kann ich nicht. So aus dem Kopf raus würde ich irgendwie Batch 16, glaube ich, dann vorziehen. Aber er hatte jetzt diesen Vergleich, das war jetzt auch gemein, muss ich sagen. Ich finde es cool, dass dein Whisky mal sowas macht, weil, jetzt mal Hand aufs Herz, die meisten Shops, wenn sie sich ein Fass abfüllen lassen, ist dann doch nicht so die Eila Premium Liga mit Brennereinnahmen drauf. Also von der Seite ja ein ganz dickes Lob. Abholen tut mich das Fass jetzt nicht so komplett. Aber es ist spannend, es hat mir echt viel gegeben. Ich bin wieder eine Facette reicher geworden in meinem Whisky-Erfahrungsschatz. Aber ich brauche nicht den Rest der Flasche, muss ich jetzt so sagen. Okay, in diesem Sinne, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ich brauche nicht den Rest der Flasche, aber nicht den Rest der Flasche, riskale Dramatische Finale deets und gute sich. Vielen Dank.